Gefährliche Abfälle erfordern außerordentliche Sorgfalt und eine besondere Ausrüstung. PreZero in Hameln verfügt daher über Spezialfahrzeuge, geeignete Behälter und fachlich geschultes Personal. Unser langjähriges Know-how wird nicht nur von den Unternehmen in der Region geschätzt. Vielmehr führt PreZero auch für viele kommunale Auftraggeber in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Schadstoffsammlungen durch. Chemische Fachkräfte führen ein breites Spektrum verschiedener Analysen durch und sorgen für eine korrekte Deklaration der gefährlichen Abfälle. In unserem genehmigten Zwischenlager sorgen wir nicht nur in puncto Sicherheit für echten Umweltschutz. Sämtliche Behälter, auch kleinste Gebinde werden entleert. Anschließend bereiten wir die Materialien für den Abtransport in zertifizierte Beseitigungsanlagen vor. Auch Leuchtstoffröhren werden sorgfältig für den weiteren Verwertungsweg verpackt. Alle Gefahrgutbehälter werden regelmäßig nach den Vorgaben des Europäischen Abkommens für Gefahrguttransport überprüft. Insgesamt umfasst der Annahmekatalog mehr als 400 Abfallschlüsselnummern, für die wir jederzeit sichere Lösungen bieten. PreZero – Neues Denken für ein sauberes Morgen.